Scheiße. Das ist Absicht. Schön, dass es nicht runkelt. So gar nicht. PENG! Verdammt! Das darfst du nicht zu viele machen. Wir stellen uns gerade hier... So? Die weg. Ich hab mir die Effekte weggefickt. Eigentlich. Was geht denn bei dir da drüben? Guck mal an. Oben, Müller. Jetzt haben wir vielleicht wieder den Status, in dem wir vorher zehn Franken sind.